Ah 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 So, in diesem Video passiert ganz was Spezielles, denn ich werde meinen In-Game-Namen ändern, sowohl als auch meinen YouTube-Namen. Genau, ich würde sagen, wir switchen einfach mal rüber auf YouTube. So Leute, ich werde mich umbenennen, sowohl in Minecraft als auch auf YouTube und generell, mir gefällt der Name Akalbox nicht mehr, Mr. Akalbox am Anfang, ganz am Anfang. Vor der Gründung dieses Kanals wollte ich mich irgendwas mit Akalbox nennen, das ganze gefiel mir dann aber auch nicht zurecht, deswegen habe ich das ein bisschen zusammen gemischt, so fusioniert zu Akalbox. Also Akalbox halt, Akat, Play, Akalbox, 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 ihr wisst Bescheid, so habe ich das jetzt zusammen gemischt, Akat, Akal, Play, Pox. Genau, aber jetzt gefällt er mir nicht und er hat mir glaube ich noch nie so direkt gefallen und deswegen ändere ich ihn und zwar in Critical Fox. Und jetzt sagen die ein oder anderen, es gibt schon einen Critical Wolf, ja, kann sein, das hat möglich, eventuell einige Ähnlichkeiten, Critical Wolf, Critical Fox, hört sich vielleicht ein bisschen ähnlicher an. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, halt die Fresse, Mann. Vor ein paar Monaten wollte ich mich nämlich schon Benny Fox nennen, weil ich das cool fand. Aber das habe ich dann einem Kumpel erzählt und der meinte voll, das würde sich wie ein männlicher Stripper anhören und was schon sein kann. Aber wisst ihr, wie sich der Typ genannt hat? Er nannte sich Bloser, Bloser, like a blowjob. Wisst ihr eigentlich, wie sich das anhört? Jemand sagt zu euch, Benny Fox hört sich yay an, heißt aber selbst Bloser, blow, blow, Blasen. Wisst ihr, wie verdammt heuchlerisch das rüberkommt? Das hat mich dann ein bisschen entmutigt, das durchzuziehen. Aber jetzt nach ein paar Monaten bin ich zum Entschluss gekommen, ich nenne mich jetzt unverdammte Scheiße. Es ist doch nicht sein Kanal, es ist mein Kanal, es ist meine Videos, es gehört mir, es ist mein Ding hier und jedem, dem es nicht passt, der kann sich verpissen, verdammte Scheiße. Ich werde mich Critical Fox nennen, Punkt. Und boom. Bam, nice. So, einmal zurück. Nice, da steht es. Nice. Boom. So, auf zu Minecraft, schnell rein, ja. Nenn dich jetzt um, du scheiß Arschloch, alter. Und jetzt Leute, werden wir noch eine erfolgreiche Runde Minecraft Sky Wars Western absolvieren mit unserem neuen Ingennamen. Schaut nice aus. Fotze. Easy, danke schön für die Sachen. Nice. Und die Federfall-X-Schuhe. Nice. Ist doch direkt mal schön, Leute. Okay, ich bin aber auch einfach nur behindert und würde auch so schon runterfallen. Ui. Ich liebe diese Schuhe. Oh, oh, da war jemand Enderman und es gelieft. Oh, you touched my ta-la-la. Hmm, my ding-ding-do. Zu unseren Gunsten, würd ich sagen. Was did you say? Ah. ne verdammte scheiße da rede ich schon wieder wie behindert ich bin dass ich einfach mal den nuller klickspeed habe gut dass wir die enderpelle aufgesammelt haben okay schnell verdammte scheiße man hätte ich aber noch anderweitig brauchen können so zack boom bämm und tricky move boom du fettes stück scheiße komm jetzt runter tschüss fette bastel komm jetzt hier man ich bin definitiv schneller würde ich sagen habe ich mich erschreckt so überraschung überraschung null herzen abzug nö du sammelst jetzt nicht dein zeug auf finde ich nicht korrekt ich habe den stil getötet das ist echt nice und da kommt auch schon die nächste nicht so freilich kleiner zack zack und easy ja kein problem nice hat in der perle und bam bam jetzt kriegt er kriegt der nächste gegner auf die fresse so lebt sich um heute fast mit modus okay daneben so spaß gg fox hashtag dicker was das muss sie direkt noch geändert werden da habe ich gar nicht gedacht oh 360 no scope nice gut leute schreibt eure meinung ne schreibt sie nicht rein ich werde sie sowieso ignorieren nein schreibt die totale scheiße in die kommentare ihr wisst immer noch bescheid challenges oder irgendwas für sky wars oder sonst was ab in die comments ich würde mich darauf äußerst freuen und über eine bewertung daumen hoch und wäre mir eigentlich sowieso egal aber jolo bis zum nächsten Mal